Uranus stellt in der griechischen Mythologie den Himmel in Göttergestalt dar. Im Schlaf wurde er von Gaia geboren und später auch ihr Gatte. Gaia und Uranus zeugten zahlreiche Kinder. Allerdings verspürte er vor diesen Angst. Gleichzeitig hasste er sie, weshalb er sie in den Tartarus, das heißt praktisch wieder in Gaia, zurückwarf. Dies erboste Gaia. Sie fertigte deswegen eine gewaltige Sichel aus Feuerstein und stiftete ihre Söhne an, Uranus zu bekämpfen. Kronos, der jüngste Titan, erklärte sich schließlich bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Als Uranus das letzte Mal bei Gaia lag, entmannte ihn Kronos mit der Sichel. Aus den herabfallenden Blutstropfen gebar Gaia die drei Furien, die Giganten und die Milliarden. Seither ahnten die Irinien jede Verletzung mütterlicher Ansprüche. Die abgeteinten Geschlechtsteile mit den Samen fielen ins Meer, in dem sich Schaum bildete, wodurch Aphrodite geboren wurde. Kronos übernahm die Weltherrschaft, bis sein Sohn Zeus ihn wiederum stürzte. Durch den Krieg der Götter gegen die Titan, aus dem die Götter siegreich hervorgingen, war Uranus geschwächt. Er konnte sich nicht mehr selbst oben halten. Deshalb bestrafte Zeus den Titan Atlas, damit Uranus auf ewig auf den Schultern zu tragen. Schaum Untertitelung des ZDF, 2020